Die bei der Landtagswahl unterlegene CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann will sich zum Ende der Legislaturperiode aus der Politik zurückziehen. Das bestätigte ihr Sprecher. Zuvor hatte die Stuttgarter Zeitung berichtet, dass sie für kein Regierungsamt mehr zur Verfügung stehe, sollte die CDU in Baden-Württemberg erneut mit den Grünen koalieren. Untertitelung des ZDF, 2020